Menschen brauchen Strom, Fische brauchen Lebensraum. Je größer und vielfältiger der Lebensraum ist, desto besser kann sich der Artenreichtum entwickeln. Wo Kraftwerke diesen Lebensraum eingeengt haben, wird nun Platz geschaffen. Damit Fische und andere Wasserlebewesen ungestört den Fluss entlang wandern können, werden Fischwanderhilfen gebaut. Beim Donaukraftwerk Altenwart wird eine besonders lange und schöne Fischwanderhilfe errichtet. Mit Unterstützung aus Mitteln des EU Life Plus Programmes der Republik Österreich und des Niederösterreichischen Landesfischereiverbandes wird diese Fischwanderhilfe als naturnaher Fluss gebaut. Sie verbindet Renaturierungsprojekte an der Donau und ihren Zubringerflüssen und stärkt damit die Artenvielfalt der Donau. So ist Stromerzeugung aus Wasserkraft mit Umweltverträglichkeit vereinbar. Das Projekt Life Network Danube Plus verknüpft die Lebensräume entlang der Verbund Donaukraftwerke Altenwart und Greifenstein. Zusammen mit unseren Partnern machen wir die Donau fischfreundlich und barrierefrei. Ich bin Hannes Einfalt, Projektleiter bei Verbund für den Fischaufstieg Altenwart. Hier entsteht der Fischaufstieg Altenwart. Es ist der längste in Niederösterreich, wenn er fertiggestellt ist. Dieser Bereich wird der zukünftige Nebenarm, der am Altarm vorbeiführt und die Donau mit dem Kremskampgerinne verbindet, das weiter oben dann über ein Rampengerinne wieder in die Donau mündet. In dieser Version, wie es hier ist, dass es ein ökologischer Nebenarm wird, ist es eine freiwillige Leistung von Verbund. Man könnte das genauso gut mit einer technischen Anlage aus zig aneinandergereihten Betonbecken machen, die in Summe auch die 16,2 Meter Fallhöhe überwinden würden und den Fischen genauso gut die Umgehung ermöglichen würden. Allerdings hätten sie dann keinen neu geschaffenen Lebensraum, wo sie vor Wellenschlag der Schiffe geschützt sind. Hier wird ein flacherer Bereich sein, wo auch die Bevölkerung eine Zugangsmöglichkeit hat, dass nicht nur von der Ferne das Projekt bewundern kann, sondern auch aus der Nähe sehen wird, wie sich die Natur entwickelt. Und in drei Jahren wird das wieder schön grün sein und keine Schotterwüste. Wie schön ein neu gebauter Fluss sein kann, sieht man auf der anderen Seite der Donau. Hier wurde vor drei Jahren mit der neuen Treisen ein naturnaher Flussverlauf mit vielfältigen Uferbereichen geschaffen. Die ökologischen Erfolge verblüffen selbst Experten. Ich bin Martin Müllbauer vom Büro Zauner. Ich bin bei dem Projekt Fischwanderhilfe Altenwörth zuständig für die gewässerökologische Planung, Gerinneplanung und auch für die ökologische Baubegleitung. Ja, wir sind jetzt hier an der Treisen und wir sehen hier eigentlich sehr gut, wie wir uns das vorstellen können, wie die Fischwanderhilfe in zwei, drei Jahren dann aussehen wird. Hier sind die Bauarbeiten ebenfalls erst vor zwei, drei Jahren beendet worden. Und man sieht schon, die Ufer sind schon sehr schön eingewachsen. Man sieht hier großflächig die Weichholzaue, also die Weidenau, die sich hier bereits etabliert hat. Also man könnte hier gar nicht mehr vermuten, dass da vor zweieinhalb, drei Jahren noch das schwere Gerät gefahren ist. Und wir sehen auch, überall ist Leben im Wasser, am Land. Wir sehen die Frösche, wir sehen die Vögel, auch die Fische, von denen wir auch wissen über das Monitoring, das hier stattfindet, das bereits eine sehr intensive Fischwanderung in diese neuen Treisen hier stattgefunden hat. Und das sind natürlich sehr, sehr positive Ergebnisse, die wir uns natürlich auch für die Fischwanderhilfe in Altenwörth erwarten. Das macht sehr viel Spaß. Jetzt, wo endlich gebaut wird, auf der Baustelle sich bewegen zu dürfen, den Fortschritt mit eigenen Augen zu sehen, der von Woche zu Woche größer wird und sich ändert. Und allein dadurch, dass ich seit 2010 an diesem Projekt mitarbeite, dass ursprünglich nur so ganz kleine Maßnahmen waren, punktuell, und jetzt ein großes Ganzes entsteht, macht das Riesenspaß. Ich würde sagen, die Fischwanderhilfe Altenwörth ist sozusagen auch von der ökologischen Funktion, die wir uns erwarten und sagen würde ich sagen, mein Meisterstück, was das betrifft. Also mich freut das natürlich ganz besonders, dass das auch jetzt wirklich in der Dimension oder auch in der Machart jetzt umgesetzt werden kann. Und ja, ich freue mich schon ganz besonders, wenn da wirklich einmal das erste Hochwasser drüber gegangen ist und man sieht, wie dynamisch das System ist und wie es von den Pflanzen und Tieren dann angenommen wird. Heute wurde beim Fischwanderstück Altenwörth das Kremskampgerinne umgeleitet in den neuen Nebenarm. Das ist der erste große wichtige Schritt, um die Durchgängigkeit ums Kraftwerk Altenwörth zu gewährleisten. Okay, fangen wir an! Wenn man sieht, wie auf einmal, auch wenn es klatschiges Wasser am Anfang ist, die Welle in den neuen Nebenarm einfließt, einströmt und es sich genauso verhält, wie man es sich vorgestellt hat, dass gleich einmal am Beginn zu leichten Uwe-Anbrüchen kommt und Dynamik auch bei wenig Wasser schon gegeben ist, ist sehr erfreulich und macht stolz. Mit dem heutigen Tag können die Fische von der Donau ins Kremskampgerinne einwandern, gerade rechtzeitig zur Laichzeit, die mit Anfang April ungefähr beginnen wird. Toll für die Fische, toll für die ausführenden Firmen, dass das bis jetzt alles so ausgezeichnet funktioniert hat und wie geplant umgesetzt werden konnte.